By the power of bacon Auf der neuen homepage mal frei Wie gesagt die homepage ist noch Überhaupt gar nicht fertig das wird noch Ein zwei monate dauern die ist gerade noch im aufbau Es geht nur um den artikel dass ihr das noch mal Nachlesen können ich bin da gerade sowieso Sehr viel am rumbauen und werde jetzt auch Einige programme mal machen Die excel tabelle möchte ich ja ins Web quasi transferieren habe heute Dafür auch jQuery für Dumme quasi Bekommen und Oder für dummies und da kommt Auch noch php und mysql Dabei also Ich werde mit sicherheit so einiges zu tun haben Die nächste zeit an programmieren macht auf jeden fall Bock und wenn ihr vielleicht Eine idee habt was für Funktionen euch generell im sport oder Fitness bei anderen apps oder so Vielleicht stören oder fehlen dann Könnt ihr das natürlich auch gerne mal reinschreiben Ein paar ideen habe ich natürlich Aber jetzt soll es erst mal um Das thema regeneration gehen Wie komme ich da drauf? Jetzt zeige ich euch hier mal ein Bild von Meinen letzten Tagen oder meinen letzten 2-3 Wochen müssten das ungefähr sein Da seht ihr oben einmal die Ruheherzfrequenz die ich habe Bei den morgendlichen HRV Messungen Und da seht ihr Dass das Ganze generell schon mal Tendenziell nach unten geht Eine niedrigere Ein niedrigerer Der Ruhepuls quasi ist schon mal Ein sehr gutes Anzeichen dafür Dass der ganze Körper Etwas mehr Belastbarer ist Ausdauernder wird etc Also die sportliche Leistung Geht nach oben Und das ist so ein gutes Anzeichen Eigentlich so generell dafür Die Werte sind jetzt Nur Durchschnittswerte Weil ich natürlich die HRV Messung mache mit einer Starken Atemfrequenz quasi Oder einer tiefen Ein- und Ausatmung Und deshalb schwankt das natürlich Deshalb habe ich da jetzt keine Werte Von unter 50 Aber das ist nochmal ein anderes Thema Darunter seht ihr dann Die HRV Messung Die geht stetig nach oben Was auch ein gutes Zeichen ist Und jetzt kann ich sehen Bei den beiden Gegenläufigen Sachen Dass das eine gute Entwicklung ist Die ich gerade hinlege Und dass das Training Was ich gerade mache Effektiv ist Und dass ich so weitermachen kann Worauf ich jetzt hinaus möchte Ist die letzten drei Tage quasi Ihr seht unten bei der Messung Bei RMSSD Seht ihr so einen Einbruch Das ist die blaue Linie unten Und ihr seht auch gleichzeitig Dass oben meine Herzfrequenz An diesem Tag Die durchschnittliche Herzfrequenz Wieder relativ hoch war Und das war ein Tag Wo dann halt die Belastung Sehr hoch war Wo der Körper sehr viel Regenerieren musste Wo ich sehr viel Parasympathischen Anteil dann hatte Wo ich auch gespürt habe Quasi von mir selber aus Dass ich überall Muskelkater hatte Vom Krafttraining Vom Laufen Ich hatte auch bis dahin Keinen Tag Pause gemacht Immer Intervalle geballert Oder lange Strecken gemacht Etc Und dann seht ihr Wie das Ganze dann halt einbricht In diesen Daten An dem Tag habe ich erst gesagt Ich mache einen Tag Pause Wir haben aber dann trotzdem Noch ein bisschen Krafttraining gemacht Und sind trotzdem noch zum See gefahren Haben dort 1000 Meter Intervalle Um den See rum gemacht Auch mit zwischendurch Mal durch den See schwimmen Etc Und deshalb ist der Tag danach Also gestern quasi Auch niedrig Dann habe ich mir gestern gesagt Ich mache jetzt wirklich Einen Tag Pause Also ich habe komplett Gar nichts gemacht gestern War nur ein bisschen spazieren Barfuß Abends zweimal Und ihr seht Wie dieser Tag Dann meine Regeneration Heute Wieder gefördert hat quasi Also dieser komplette Tag Ruhe Heute ist wieder alles Eigentlich in Ordnung Die Herzfrequenz ist wieder Sehr niedrig Und die Herzratenvariabilität Ist wieder Relativ hoch Das bedeutet für mich heute Dass ich heute wieder Härter trainieren kann Und das sind so Daten Die kann man generell Natürlich nehmen Um so ein bisschen Seinen Status auch zu kontrollieren Wenn ich das jetzt so Weiter gemacht hätte Mit dem Training Dann wäre ich über Irgendwann in den Übertraining gekommen Das Ganze wäre noch weiter abgesagt Und der Körper hätte dann Irgendwann gesagt Sind genug Entzündungen Ich hätte mich auch nicht Mal weiterentwickelt Hätte keine Superkompensation gehabt Etc Also generell Der erste Punkt auch Für euch Ihr werdet wahrscheinlich auch Nicht alle Eine Herzratenvariabilitätsmessung machen Der Ruhepuls Ist schon mal ein erster Anhaltspunkt dafür Wie es euch quasi Gerade So generell mit dem Stresslevel geht Also wenn euer Ruhepuls Schon 5% höher ist Als normal Dann sollte man sich schon Gedanken machen Wo könnte das dran liegen Ist das jetzt vielleicht Aktuell die Messung Dass ich gerade Rumgelaufen bin Oder sonst was Wenn ihr solche Messungen macht Dann erstmal eine Minute Ruhig hinlegen Erstmal runterkommen Gleichmäßig atmen Und dann an nichts denken Keine Musik anhaben Gar nichts Und den Ruhepuls dann Ruhig für Eine Minute oder mehr nehmen Egal wie ihr das macht Ob ihr das mit dem Handy macht Oder am besten Natürlich mit dem Brustgurt Wenn das erhöht ist Wie ihr seht An meinem Beispiel Dann ist das Kann das Kann Ein Anzeichen dafür sein Dass da irgendwas Nicht in Ordnung ist Da muss man natürlich Andere Sachen mit Reinbeziehen Quasi Wie eben hier unten Die RMSSD Messung Von mir Zweite Sache ist Körpergewicht Wenn ihr morgens Auf die Waage steigt Und auf einmal Irgendwie Zwei Kilo weniger wiegt Oder sonst was Ihr wart am Wochenende Party machen Oder so Habt vielleicht wenig getrunken Etc Wiegt sehr wenig Dann ist das ein Anzeichen Dafür Dass ihr Euch Gerade Nicht sehr gut Regeneriert Habt auch in der Nacht Natürlich Weil ihr einen relativ Niedrigen Flüssigkeitsstatus Habt Dann natürlich auch Relativ wenig Elektrolyte Haushalt mit dabei Und der Körper So natürlich Nicht optimal Regenerieren kann Also müsstet ihr Dann daran denken Dass ihr dann Spätestens Wenn ihr das dann seht Auf der Waage Und ihr so viel Gewicht Verloren habt Dass ihr dann Gegenwirkt Und eben Flüssigkeit Aufnehmt Natürlich Geht Mindestens 7,5 bis 9 Stunden Schlaf Sollt ihr eurem Körper Gönnen Über den ganzen Tag Über die 24 Stunden Wenn ihr nach 6 Stunden Schon wach seid Und voll fit seid Ist das auch völlig in Ordnung Wenn ihr dann aber mittags Mal müde werdet Und die Möglichkeit Habt so ein Powernap Zu machen Dann macht ihn auch Gebt eurem Körper Wirklich die Das sind meistens Nur so 10 Minuten Dann ist alles wieder in Ordnung Wenn ich 20 Kilometer 30 Kilometer Oder was gelaufen bin Dann lege ich mich Meistens auch So eine Stunde später Oder zwei Werde ich kurz müde Dann lege ich mich hin Und bin nach Ein paar Minuten Wieder hellwach Schlafqualität Ist natürlich auch sehr wichtig Wie könnt ihr das Ganze Eventuell messen Entweder ihr legt euer Handy Mit einer App Die euren Schlafbewegung Quasi misst Einfach mal Ein paar Tage daneben Schaut mal Wie sieht das Ganze aus Bewege ich mich sehr viel Könnt natürlich auch Irgendeinen Fitness Tracker Benutzen Oder wer auch immer Der euch das anzeigt Da sind schon Korrelationen zu erkennen Auch im Hinblick Jetzt auf meine Messungen Wenn ich dann morgens Aufwache Und eben nicht so gut Regeneriert bin Gerade natürlich Wenn ihr feiern wart Und sehr wenig Geschlafen habt Dann kann man noch Solche Sachen machen Wie Sauerstoffsättigung Im Blut messen Wenn das normalerweise So zwischen 96 Und 99 Prozent Wenn ihr dann mal Zum Beispiel unter 95 Prozent seid Dann ist auch Irgendwas Vielleicht nicht in Ordnung Da kann man nachmessen Da gibt es so kleine Fingerdinger Die man sich drauf machen kann Hat eigentlich mittlerweile So wie ich auch gelesen habe Sehr viele Rettungssanitäter dabei Weil das viel einfacher ist Als die Geräte Die sie sonst dabei haben Und die Geräte sind Auch sehr genaue Die kosten auch gerade mal Irgendwie so 20-30 Euro Oder sowas Bei Amazon Wenn man damit arbeiten möchte Kann man das natürlich auch machen Generell Appetit natürlich Ihr merkt ja immer Wenn ihr krank seid Fieber habt Oder sonst was Dass ihr dann eigentlich Weniger Hunger habt Der Körper braucht die Energie Natürlich erstmal Irgendwo anders für Anstatt dass er dann Die Verdauung etc. Dann damit beanspruchen möchte Er möchte natürlich auch Die ganze Energie Und Nährstoffe Die er zugeführt bekommt Die braucht er in dem Moment nicht Er möchte erstmal Die Krankheit bekämpfen Wir haben genug Energie Gespeichert im Körperfett Und Leber und so weiter Sowieso genug Vitamine etc. Das heißt er hat genug Er braucht keine Nahrung von außen Und wenn ihr dann Keinen Appetit habt Dann ist irgendwas Wahrscheinlich auch nicht So in Ordnung Dann habt ihr Also anders als normal Wenn ihr sonst immer Sehr viel esst oder so Und dann ein richtig hartes Training habt oder so Und dann wenig esst Dann werdet ihr merken Dass irgendwas wahrscheinlich Nicht richtig ist Dass ihr entweder Im Übertraining seid Dass ihr krank werdet Oder sonst was Das sind immer so Anzeichen Die man vorher schon hat Bevor man wirklich krank ist Und genügend Essen Ist natürlich auch Sehr wichtig Bei Training Ich kann nicht einfach Eine Fastenkur machen Von 10 Tagen oder so Und dann meinen Dass die Leistung In der Sportart Quasi exponentiell Nach oben geht oder so Das geht natürlich nicht Muskelkater Ein sehr großer Punkt Wenn man Muskelkater hat Definitiv Nicht nochmal drüber trainieren Leichte Bewegungen machen Ich habe jetzt zum Beispiel Vorgestern dann Oder gestern Einfach mit einer 10 Kilo Hantelstange Einfach 50 Wiederholungen gemacht Einfach nur Locker durchblutet Ohne großartig Anzustrengen Und Solche Sachen Mache ich dann einfach Wenn ich Muskelkater habe Merke Da ist was Dann trainiere ich Entweder eine andere Muskelgruppe Gehe laufen Wird der Oberkörper Natürlich auch Durchblutet Oder ich mache eben Bewegungen mit Extrem leichtem Gewicht Und arbeite dann Nicht dagegen Und wenn ich auch vom Lattzug oder so Richtig Muskelkater habe Da mache ich jetzt auch Nicht unbedingt Megaschweres Bankdrücken Am nächsten Tag Wenn ich dann Muskelkater habe Weil irgendwie Werden die ganzen Muskulaturen Oder Muskelverbände Quasi auch noch Irgendwie mit Eingesetzt Und das kann Natürlich dann auch Irgendwann dazu führen Dass wenn ihr Immer wieder Drauf trainiert Immer wieder Drüber trainiert Ihr müsst euch ja Vorstellen Die kleinen Muskelfasern Muskelzellen Sind gerissen Und wenn ihr dann Noch weiter trainiert Reißen die weiter Weiter Und irgendwann Habt ihr dann sowas Wie Muskelfaserriss Oder solche Sachen Und das Will natürlich keiner Gerade Weil es natürlich Auch den Heilungsprozess Dann stoppt In dem Moment Wo ihr Wieder dem Körper Stress zuführt Und das ist natürlich Keine gute Sache Generell euer Energielevel Wenn ihr total müde seid Etc Dann hat das Irgendeinen Grund Dann will der Körper Euch damit irgendwas Sagen Dass irgendwas nicht In Ordnung ist Und dann hilft es nichts Wenn ihr dagegen Mit Koffein Red Bull Oder sowas Anarbeitet Das ist dann einfach Nur Bekämpfen Der Auswirkungen Anstatt der Ursache Quasi Dann Macht man halt Kein Training Wenn man extrem Kaputt ist Will der Körper Einem sagen Dass irgendwas Nicht in Ordnung ist Dass man sich eben Ausruhen sollte Und dementsprechend Kein Training Machen Kurzen Powernap Wie vorhin schon gesagt Und dann Neu angreifen Ansonsten muss man sich Wirklich überlegen Ob man dann Im Trainingsalltag Oder im Tag generell Irgendwas Umswitchen kann Damit man vielleicht Ein bisschen mehr Zeit hat Ein bisschen mehr Energie hat Vielleicht sich andere Trainingszeiten sucht Etc Ja Das war Eigentlich alles Vielleicht noch die Trainingsleistung Natürlich generell Wenn ich irgendwann merke Ich stagniere Oder Ich habe Wenn ich 20 Kilometer Laufen gehe Auf den letzten 5 Kilometern Immer wieder das gleiche Beschissene Gefühl Dann muss ich mir schon Gedanken machen Ob ich nicht irgendwas Falsch mache Ob ich genug Regeneriere Natürlich erstmal Dass ich dann überhaupt In die Superkompensation Komme im Endeffekt Und dementsprechend Gegenwirken kann Mit Regenerationsmaßnahmen Etc Generell muss man auch sagen Zur Superkompensation Ihr habt Nicht nur eine Kurve Die nach oben geht Ich habe auf dem Anna-Kanal Schon mal ein Video gemacht Das ist schon 2 Jahre Oder so alt Zur Superkompensation Gilt immer noch Ihr habt verschiedene Systeme Die unterschiedlich Superkompensieren Ihr habt Eure Muskulatur Die Verbraucht vielleicht 2-3 Tage Dann ist sie superkompensiert Dann ist sie wieder repariert Dann habt ihr aber Eure Bänder Und Sehnen Und sonst was Und die brauchen Aber sehr viel länger Das kann dann auch Schon mal Ein paar Wochen dauern Und dann habt ihr Natürlich am Ende Wenn ihr wirklich übertreibt Und solche Sachen Macht So 24 Stunden Läufe Etc Dann kann es auch schon mal Ein paar Monate dauern Bis zum Beispiel Knochen regeneriert sind Superkompensiert sind Knochen und Knorpel Solche Sachen Nervensysteme Solche Sachen Unterschiedliche Systeme Die unterschiedlich lang brauchen Und deshalb Hört auf euren Körper Und Manchmal ist es schwierig Auf seinen Körper Selber zu hören Und deshalb Mache ich auch Selber diese ganzen Messungen Natürlich auch Aus rein Interesse Also von meiner Person aus Und ihr habt ja zum Beispiel gesehen Dass ich wirklich auch An dieser Messung Auch festmachen konnte Bin ich regeneriert Oder nicht Das konnte ich natürlich Durch mein Körpergefühl Auch schon sagen Aber ich hätte wahrscheinlich An dem Tag Auch Intervalle gekloppt Ohne Ende Habe aber gesehen Dass ich jetzt schon Zwei Tage so weit unten bin Und habe dementsprechend gesagt Gut Mache ich heute mal Einen Tag Pause Das Ganze hat geholfen Danach ging es wieder nach oben Heute weiß ich Dass ich wieder angreifen kann Ich fühle mich gut Habe keinen Muskelkater Also wird es jetzt wieder An die Gewichte gehen 95 Kilo Bankdrücken Habe ich jetzt übrigens Auch diese Woche geschafft Also da auch gesteigert Jetzt von 90 auf 95 Kilo Insgesamt Hätte sogar noch Ein bisschen mehr gehen können Und da werde ich jetzt angreifen Ja Das zum Thema Regeneration Auf jeden Fall Es gibt noch sehr viele Sachen Mehr die ihr machen könnt Ihr müsst ausprobieren Wie ihr euch am besten regeneriert Geht ihr in die Sauna Geht ihr Unter eine eiskalte Dusche Ich kann euch wirklich Nur mal raten Probiert mal aus Gerade bei so einem Wetter Wenn ihr laufen wart Euch richtig abgeschossen habt Oder so richtig Heiß seid Überhitzt seid Auch beim Training Krafttraining Macht es mal wirklich Dass ihr unter eine eiskalte Dusche geht Macht von mir aus Immer Wechseldusche Wo ihr mal kälter werdet Aber am Ende dann wirklich mal so 30 Sekunden Eine Minute Unter wirklich kaltem Wasser stehen Ihr werdet merken Wie gut ihr euch danach fühlt Die Situation selber ist extrem scheiße Aber danach fühlt ihr euch richtig gut Und das habe ich auch schon Mit den Messungen rausgefunden Dass ich mich extrem schnell regeneriere Wenn ich solche Maßnahmen dann auch mache Wie zum Beispiel Einem Powernap Wie zum Beispiel Die kalte Dusche Irgendwelche kühlenden Liquids Zeugs Auf die Muskulatur Etc Locker auslaufen Auch ganz normale Tätigkeiten Wo es ein bisschen durchblutet wird Wie Rasenmähen Etc Das hilft alles Wenn ihr da noch mehr zu wissen wollt Dann schreibt es einfach drunter Wenn euch das Video interessiert hat Wenn es euch ein bisschen geholfen hat Dann gebt doch einen Oder zwei Oder drei Daumen nach oben Und schreibt einfach einen Kommentar runter Ob ihr schon mal im Übertraining zum Beispiel wart Ob ihr auch solche Messungen herannehmt Um eure Regenerationsphase gerade zu messen Und was euch vielleicht in Zukunft interessieren würde Etc Einfach unten kommentieren Dann weiß ich, dass euch das Video auch interessiert Also heute mal ein relativ kurzes Video Ich wünsche euch was Und morgen vielleicht einen Wettkampf Also wir werden sehen Tschösen mit Ösen Ich wünsche euch das Video auch